Er fühlt sich pudelwohl in Deutschland. Seit 2007 ist er beim FC Bayern. Bei einer Kochstunde spricht Franck Ribéry mit Starkoch Alphonse Schubeck über seine Deutschkenntnisse. Aber dein Deutsch ist jetzt schon super. Ja, ist gut. Ich bin Deutsch. Der Franzose Ribéry sieht sich also selbst als Deutscher. Nach dem Rücktritt aus der französischen Nationalmannschaft kann er das jetzt auch ohne Bedenken sagen. Denn fußballerisch gesehen hat er ja mit seinem Heimatland Frankreich abgeschlossen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017